so weiter geht's bei let's play minecraft die brücke war ja fertig soweit ja aber was machen wir jetzt als nächstes ich würde einfach mal das hier ein bisschen angleichen denn das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich dass hier was raus geht weil dann komme ich auch irgendwas hin und ja was wir machen müssten ist unser ja terrassen dings raum zumal vor dem habe ich angst nicht aber ich drücke mich immer weil es ein schweine arbeit ist drücke passt jetzt soweit okay dann passt auch alles okay machen zu kleinigkeiten hier mal erde tut das ist ja schnell gemacht okay passt fällt brauchen wir jetzt nicht er ist noch nichts aber wir könnten die zahlen schon ausgeworfen man könnte ein bisschen die Tiere züchten okay es ist doch die paar schweine was mich hier haben es sind ja nicht viele das passt ja von mir auch nicht so ähm ja wir könnten jetzt dann mal hier weiter schauen äh er ist mit und dann ja versuchen wir vielleicht doch mal uns an den raum jetzt war es jetzt effektiver wenn man wenn man die spitzhacke jetzt erzaubern könnte aber das können wir leider jetzt nicht so und jetzt schauen wir mal wo waren wir denn hier genau das passt ja soweit das hat mir ja gut gefallen da können wir hier schon mal den boden reintun das können wir ja schon mal machen das da kommt ja kommen wir sowieso rein so aber ob wir das dann wirklich jetzt dann schon machen oder ob ich das wirklich ausgemacht ist ja weiß ich noch nicht und ich kann jetzt auch keine umfrage starten denn heute ist der 15. äh 6 der 7 oktober sowas und es ist noch es ist noch ganz schön lange hin so passt irgendwie sind die geräusche ziemlich leise aber eigentlich okay und ich habe ja ich habe ich habe ich sage ich glaube wir haben wir keine Birkenholz mehr da müssen wir dann noch mal bis zu diesem riesen Birkenwald gehen ja ob wir halt wirklich das alles machen, da bin ich gerade ein bisschen unschlüssig. Hm, ne, ich werde es wahrscheinlich ausgehen machen. Ja, ja, hm. Unschlüssig. So, dann gehen wir mal runter und schauen, ob wir hier noch irgendwo das Holz haben. Sägeber. Ja, doch, wir haben schon noch ein bisschen Holz. So. Okay, das lasse ich mal da. Okay, das müsste auf jeden Fall reichen. So. Und hier müssen wir dann wirklich mal ein bisschen ein paar Focker anbringen, denn hier kann wirklich was spawnen. Denn hier ist schon noch ganz schön dunkel. So. Und, ja. Doch, passt. Und ich habe jetzt wieder die normalen Texturen drinnen. Warum? Ja. Wenn ich möchte. Ich weiß wirklich nicht warum ich jetzt aber wieder die Texturen drin habe. Ist ja auch wenn. Vollkommen egal. So. Passt. Und jetzt brauchen wir doch das normale Holz. Dafür müssen wir. Haben wir da noch was? Ja, ich glaube schon. Ähm. Ja, aber auch nochmal. Ja, die haben wir das mit. 25. Ja, reicht das? Ich glaube mal. Nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen super optimal, dass wir hier rauskommen. Nein, aber das ist uns letztlich eigentlich egal. Dann gehen wir nochmal. Dann gehen wir dann. Warte nochmal. mal. 4, 5, 6, 7, 8. Ach, komm. Wie geht einem. Wie geht ein zum Scheißplotze? Das ist ja nicht so gut. Ich weiß nicht! Ich habe nur zwei von Ihnen geklärt. Ich habe nur zwei von Ihnen geklärt. Ach, das ist … Er hat dieraschendeste. Aber hier kann ich nur so gut kommen. Na, ich bin sicher. Zäune bräuchte, Zäune. Zäune. Und ich glaube... Na, das passt jetzt. Hier, das passt. Das passt auch. Ja, ich bin gerade am überlegen. Auf jeden Fall brauchen wir Zau. Voll die Riesenauswahl. Da werden wir aber nicht klarkommen. Ähm, so. Das muss ich gleich, das ist ganz die schöne Tropenholz. Der Braten. So. Und Zäune kann man nämlich nie genug haben. So. Lol, lol. So. Passt. Zäune kann man wirklich nie genug haben. So, und zwar... ...wird ich das so anbringen. Passt. So. Hm. Ich glaube, ich will hier so dicke Stütze haben. Passt das? So, und hier... So, und hier... ...jag sagst du, die Zäune sind. So will ich. Dann packen wir hier... Ey. Einfach mal ein paar Fackeln, dann müssen wir in die nächste Folge... Äh, okay, machen wir alles symmetrisch. Äh, lol. Ich hab' den Fehler entdeckt. Wieder legt hier. So, haben wir noch Holz... Nee. Okay... Ähm. Ja, ich könnte eigentlich noch schnell was machen. Ne, schnell eine Kiste anbringt. Muss mir wenigstens oben auch mal eine Kiste haben. So, wo stelle ich die hin? Ich komme doch einfach hier. Komm hier. Und, dann hier drauf zu greifen? Ja, ja doch. Passt an. Okay. Hier geht's runter. Ja, aber dann müssen wir jetzt nicht schon wieder runter. Ähm, dann machen wir jetzt einfach mal zu und dann stellen wir uns raus. Und betrachten wir unsere schöne Brücke. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Galepati.